hey skatfreunde freitag vor dem verlängerten wochenende ja ist das nicht herrlich und um es noch schöner zu machen habe ich wieder eine partie zur analyse mitgebracht basis ist hier tatsächlich eine verteilung oder zumindest meine kartenhand wie ich sie vor anderthalb wochen im sonntagsabendsturnier auf der skat insel im live stream gespielt habe ausgangssituation war dass ich so viele punkte liegen hatte dass ich mir das risiko gegeben habe mit diesem relativ dünnen ansatz 18 zu sagen weil ich zu dem zeitpunkt noch die chance hatte 2000 punkte zu machen das hat nicht ganz geklappt dennoch habe ich das spiel gewonnen und ich habe es jetzt aber mitgebracht um einfach eine etwas allgemeinere aussage zu einer standard verteilung und dem entsprechenden standard vortrag bei einer relativ dürren karte einfach mal euch zu präsentieren ansonsten habe ich mir für heute nur vorgenommen die erste klappe muss sitzen ich brauche sonst manchmal ganz schön viele versuche bis hier was zu meiner zufriedenheit im kasten ist heute habe ich gesagt ich behandle dieses video mal als wäre es ein live stream also bitte ich jetzt schon um verzeihung falls es ein bisschen ruckelt oder hier oder da mal ein versprecher drin es geht gerne wieder auf die 1,x fache geschwindigkeit dann habt ihr sowieso noch mehr spaß und ja bevor ich jetzt zu der partie kommen kann ich es mir im moment wirklich nicht nehmen lassen noch mal auf die scat freunde app und die damit verbundene möglichkeit für euch hinzuweisen jetzt schon an diesem entwicklungsprozess teilzuhaben wozu ich ja noch gar nicht so viel gesagt habe ist der zeitplan und das will ich auch jetzt noch nicht konkretisieren das kommt sicher die nächsten wochen dass ich mich da konkreter zu äußeren ich kann sagen es wird noch eine ganze weile dauern und ich lade euch jetzt schon ein auf dieser reise mitzumachen weil ihr dann tatsächlich die möglichkeit habt zumindest ein stück weit auch einfluss zu nehmen über das feedback was ihr gebt über die kommentare die ihr gibt und deswegen kann ich euch nur empfehlen auch es mit dieser community hier einmal zu versuchen und natürlich zeige ich das auch gerne um mit euch den fortschritt und die freude darüber zu teilen als ich das video letzten freitag gemacht habe waren hier auf der joker karte 215 klicks jetzt sind es 277 nach adam riese bedeutet das für mich 62 neue community mitglieder und solange das mehr als 61 sind bin ich doch ausgesprochen happy und das heißt natürlich für die die sich hier noch nicht auf der gemeinschaft angeschlossen haben ist das die aufforderung diese haltung jetzt noch einmal zu überdenken es ist vor allen dingen auch schön zu sehen wie es sich entwickelt hier ist fast immer inzwischen in irgendeinem raum licht an also ihr könnt es einfach sehen es ist freitag viertel nach vier und ihr hättet die gelegenheit auch wenn ich zum beispiel nicht live auf sendung bin oder andere euch hier einfach mal an einen tisch zu setzen am piktisch wird gerade über skat debattiert und jeder ist eingeladen da teilzunehmen ich erwarte heute auch noch einen beitrag aus unserer grafikabteilung und selber poste ich jetzt ja auch regelmäßig hier in den ankündigungen das letzte was ich hier zu protokoll gegeben habe waren hinweise aus unseren entwicklungsleitlinien also auf basis welcher grundsätze bauen wir hier eigentlich diese app also bitte seid dabei macht euch eine freude und macht mir und dem team eine freude so nun kommen wir mal hier zu dieser partie mittelhand hatte gepasst im original im original war ich hinterhand habe dann 18 gesagt hatte das spiel und habe dann relativ schlapp gefunden natürlich saßt du 18 in der annahme und in der hoffnung des bauern asse idealerweise in der kombination drin liegen aber die realität ist ja nun mal nicht immer so freundlich ja dass die karo acht kann man im positiven sinne noch als den fünften trumpf jetzt hier selbstverständlich interpretieren und die kreuz neun aber im prinzip zwei luschen in unterschiedlichen farben ist natürlich nicht dolle und jetzt haben wir hier an sich eine interessante situation aus der sich dass das jetzt ein spiel ist was ich an sich in mittelhand lieber spiele als in hinterhand ich hatte es jetzt in hinterhand und das hat eben auch einen impact oder einen einfluss darauf wie das spiel zu drücken ist ich habe in hinterhand eine farbe weggedrückt herz könig 9 und hatte dann auch das glück das herz auf den tisch kam in der original partie konnte ich stechen pik als 10 gezogen lief durch dann trumpf raus und hinten raus habe ich glaube ich das spiel mit 79 augen gewonnen also es gibt bei entsprechend günstiger verteilung manchmal ja ganz einfache oder spielt sich so ein spiel ganz einfach hin nichtsdestotrotz ist das eben eine der partien die ich an sich interessanter noch aus mittelhand finde und in mittelhand finden wobei auch tatsächlich mittelhand hier die etwas stärkere position ist und deswegen will ich es jetzt mal hier als standard vortrag analysieren für genau diese verteilung in mittelhand und genau diese verteilung damit meine ich eben irgendwie fünf trümpfe können so sein können aber auch beliebig anders sein die drei alten werden es üblicherweise nicht unbedingt sein aber so mittelmäßige fünf trümpfe dann einmal ass zu dritt idealerweise zumindest mit ass und 10 sonst wäre der ursprungsansatz wahrscheinlich auch sehr dünn aber es lässt sich sogar noch auf ass könig lusche oder als dame lusche als doppel lusche auch im zweifel erweitern und dann eben zwei zwillinge ohne dass da ein ass dabei ist das könnte doppel lusche sein das kann lusche bild sein das kann auch mal lusche 10 sein auf jeden fall ist in mittelhand hier die entscheidung wie gedrückt werden muss in ab einem gewissen level relativ klar und das schöne ist du musst das dann auch an sich idealerweise einfach schnell drücken um dir gar nicht anmerken zu lassen dass du an sich nach einer schlechten findung jetzt ein relativ schlappes spiel hast die ausgangssituation kann ja auch besser sein als als es bei mir war dass du schon die fünf trümpfe hattest ass 10 und es gibt auch sonst natürlich taktische einflüsse die dich fast zwingen so ein spiel zu reizen sei es mal dass du hinten raus punkte brauchst sei es dass du im format wie im rocket oder so antritt also wenn das jetzt die die situation nach skat aufnahme in mittelhand ist dann empfiehlt es sich immer nicht eine farbe wegzudrücken sondern in jeder farbe einen idealerweise dann vielleicht sogar zwei bilder aber in dem fall wäre es dann herz könig und kreuz lusche eben so und warum ist das der fall sieht ja jetzt erstmal sehr gefährlich aus man muss beide farben mit bedienen es können auf jeder farbe 21 augen fallen ja was soll denn das so ungefähr mit offenen karten ist es klar dass das jetzt nicht die ideale drückung ist aber wir spielen eben nicht mit offenen karten und deswegen müssen haben wir mit dieser drückung einen standard spiel vortrag der gegenpartei quasi schon antizipiert und das spiel ist quasi im kopf schon für vier fünf sechs stiche vorbereitet die sehr häufig genau in dieser weise ablaufen und um das zu demonstrieren warum das so ist spielen wir jetzt eben auch hier mal nicht mit verdeckten karten sondern mit offenen karten und spielen so ein bisschen das was wäre wenn spiel also unsere hand ist jedenfalls definitiv so schlecht muss man sagen dass wir an sich wirklich darauf wetten und uns verlassen müssen dass peak ass und zehn durchläuft also peak sollte idealerweise schon zwei zu zwei verteilt sein das ist ehrlicherweise eine grundvoraussetzung ohne die wir wahrscheinlich nicht gewinnen können wenn das aber gegeben ist und ohne gegenreizung ist die chance auf eine gleichmäßige verteilung dann ja gar nicht so schlecht grundsätzlich ist die chance auf zwei zwei verteilung ja schon bei 40 prozent wenn wir keine gegenreizung haben gehen wir mal davon aus dass es wahrscheinlicher ist dass auch diese situation vorliegt dann wird vorhand sehr wahrscheinlich wie immer auf den kurzen weg mit einer langen farbe eröffnen und peak ist dann sehr wahrscheinlich nicht seine längste farbe wenn die 22 sind sondern wird üblicherweise drillinge haben und es könnte so sein wie hier in der von mir vorbereiteten verteilung wenn er zwei trümpfe hat dass er sowohl in kreuz als auch in herz den drilling hat es kann aber auch natürlich sein dass vorhand in einer farbe eben drei hat in der anderen zwei und dann eben auch noch drei trümpfe oder natürlich auch beliebig anders 231 auf jeden fall sehr häufig wird er in herz oder in kreuz ein drilling haben wo wir nur zwei hatten und wird dann aus diesem drilling öffnen und falls er zum beispiel eine konstellation hat hat wie hier mit kreuz ass könig lusche und herz 10 zu dritt dann wird er üblicherweise eher aus seiner 10 heraus spielen weil er noch nicht im ersten stich sich festlegen möchte er kann mit kreuz ass natürlich viel mehr verkehrt machen so fühlt es sich jedenfalls üblicherweise an als wenn er erst mal relativ unverdächtig mit einer herz lusche startet mit kreuz könnte er direkt das ass könnte ich direkt stechen oder er könnte mir die 10 hoch spielen bei der herz lusche gibt es an sich erst mal weniger konstellation in denen das grob fahrlässig schon was kaputt macht und genau diesen umstand machen wir uns eben hier zu nutze dass wir erwarten es wird hier aus dem drilling ausgespielt es muss ja auch nicht die 10 zu dritt sein es kann auch ein könig zu dritt seine dame zu dritt sein vielleicht sogar die drei luschen nur auf jeden fall üblicherweise wird am ehesten aus einem drilling ausgespielt wo die vollen auch noch in hinterhand gesucht werden also man versucht damit aus vorhand der zug ist ja plausibel auch selber noch keinen vollen zu riskieren möglicherweise dem mit spieler in hinterhand mit 10 frei zu spielen und 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 deswegen funktioniert das besonders gut ab einem gewissen level sage ich mal aber im prinzip ist das halt immer empfehlenswert die gegner haben ist nicht so leicht so und was passiert jetzt wenn der spieler hier aus einer aus einem drilling ausspielt das schöne ist erstmal in dem moment wenn wir jetzt zwei in einer farbe gedrückt hätten könnten zwei dinge passieren entweder wir haben die beiden herzen oben dann müssten wir bedienen und ich lege die hier nochmal zur seite hinten wird jedenfalls üblicherweise jetzt das ass nehmen nicht auf den partner schnippeln und genauso wird hinterhand üblicherweise wenn das jetzt eben sein zwilling war was zwangsläufig der fall ist wenn vorhand aus einem drilling ausspielen konnte wird er jetzt diese farbe zurückspielen so und jetzt hat der spieler in vorhand eine unangenehme situation er muss sich jetzt nämlich entscheiden und weil es ja in dem fall noch möglich ist dass ich den herzkönig oben habe wird er sehr wahrscheinlich die 10 legen ne und jetzt sehen wir das dilemma wenn ich halt so die beiden kreuz gedrückt hätte müsste ich jetzt hier noch bedienen danach käme der siebte herz richtig kacke wenn ich im aufschlag jetzt die farbe rauskommt die ich dann gedrückt hätte weil ich etwa die beiden herzen hier gedrückt hätte wäre ich auf die herz 7 die rauskommt direkt aufgeflogen es wäre direkt meine stechfarbe klar klar könnte ich dann wahrscheinlich würde ich kreuz lusche abwerfen aber nichtsdestotrotz im zweiten stich auf herz dame weiß jetzt der spieler schon viel genauer was los ist und vielleicht kommt dann auch nicht herz dame hinterher sondern vielleicht wird dann auch schon auf kreuz gewechselt also ich hätte viel mehr verraten und ich hätte es viel schwerer an die vollen ranzukommen mit anderen worten in dem fall wenn ich eben zwei in einer farbe gedrückt hätte wäre es für mich weder gut wenn die farbe auf den tisch kommt die ich in der hand habe noch wäre es gut wenn die farbe auf den tisch kommt die ich gedrückt habe und jetzt in der drückung die ich eben hier gerade euch vorschlage ist es eben so im ersten stich haben wir die lusche bedient das lässt die gegner sage ich jetzt mal zwar das ass rausnehmen aber es lässt sie ansonsten über die verteilung um unklaren und im zweiten stich liegt sehr wahrscheinlich die 10 wenn da die dame tatsächlich getaucht wird habt ihr einen super abwurf mit der kreuz 8 und ansonsten wird jetzt eben erst mal zugeschnappt so haben wir 24 augen und jetzt muss man natürlich wissen dass jetzt noch der siebte herz irgendwie unterwegs ist und das ist natürlich gefährlich denn auf den siebten herz wenn der auf den tisch kommt könnte pik abgeworfen werden deswegen ist es bei dieser ausgangssituation immer gesetzt dass nach diesem zweiten stich in dem wir sehr wahrscheinlich einstechen erst mal der doppelläufer abgezogen wird damit eben da kein unglück passiert also wir ziehen pik ass läuft durch erfreulich wir ziehen pik 10 läuft durch erfreulich wenn es jetzt halt zu einem unglück kommt dann muss man sagen dass wir an sich nichts verloren haben weil das spiel üblicherweise dann ohnehin auf verlorenen posten stand wenn jetzt aber pik ass und 10 durchgelaufen sind dann gehen wir ganz unverdächtig vom spiel und haben jetzt sogar den wunsch dass wir in mittelhand kommen deswegen selbst wenn wir buben stärke hätten etwa mittelbuben oder so würden wir das wahrscheinlich nicht ausspielen denn wir möchten gar nicht die gegenpartei zwingen uns in hinterhand zu bringen sondern wir möchten gerne in mittelhand kommen das wird mit einer ganz kleinen trumpf sehr häufig gelingen und jetzt ist es eben so dass der spieler hier der vielleicht auch nur zwei trümpfe hat aber egal an sich ob er zwei oder drei hat sehr häufig eben einfach sofort diese siebte herzkarte spielen wird und das könnt ihr euch natürlich als gegenpartei auch quasi auf die fahnen schreiben wenn der allein spieler in so einer konstellation gar nicht trumpf zieht sondern nachdem er eingestochen hat im ersten oder im zweiten stich sofort ass und zehn zieht in einer farbe und vielleicht an dem könig sogar erkennbar ist dass das dass er den siebten dann selber hat dann ist das ein ganz untrügliches zeichen dafür dass der allein spieler maximal fünf trumpf hat denn mit einem sechstrümpfer würdest du quasi nie dadurch dass du jetzt im ersten oder zweiten stich gezwungen gezwungen bis zu stechen so in panik verfallen dass du hast und zehn ziehst weil natürlich da viel zu groß die gefahr ist dass die zehn auch mal gestochen wird das heißt das ist ein ganz untrügliches zeichen dass es nur ein fünf trümpfer ist und das bedeutet der spieler hier sollte jetzt natürlich nach diesem verlauf unbedingt das kreuz ass ziehen aber die realität ist eben dass ganz viele spieler das nicht erkennen diese schlussfolgerung nicht ziehen im moment der sticht meiner herz 10 der zieht pik als zehn der kann nur fünf trümpfe haben ich habe genau ein herz gesehen ich habe drei piken gesehen er muss noch genau ein oder die pikt dame ist damit schon mitgezählt er muss noch ein kreuz haben nein trotzdem wird sehr häufig dieser herz acht auf den tisch kommt da fliegt jetzt natürlich kreuz lusche rein okay lass hinterhand noch einen schmieren das ist jetzt gar nicht so wichtig lass vorhand jetzt auch sehen okay kreuz ass läuft jetzt vielleicht gar nicht mehr und jetzt unter durchspielen ganz egal jetzt kann hier gestochen werden und dann damit spätestens ist dann der sack schon zu es kann ja trumpf auch noch 3 3 tatsächlich stehen und dann steht jetzt kreuz auch noch gleich das heißt dann habt ihr immer noch die chance sogar auch im kreuz noch einen vollen zu schnappen also eine absolute standard situation diesen vortrag ab einem gewissen niveau sieht man den so oft und das ist wirklich erstaunlich wie häufig dieses schlechte spiel so leicht gewonnen wird und das dann eben auch wirklich richtung deutlich über 70 richtung 80 augen wenn wir jetzt hier in der konstellation nicht pik als zehn dame hätten sondern sagen wir nur mal als könig oder als doppel lusche also die zehn nicht dabei wäre dann wäre der vortrag natürlich ein bisschen anders dann könnte man logischerweise nicht im dritten stich hier ass und zehn ziehen dann würde man doch trumpf rausspielen und hoffen auf den letzten herz direkt seine kreuz lusche abzuwerfen bleibt damit flexibel mit dem ass noch irgendwie gegen die zehn zu arbeiten oder sonst wie das spiel irgendwie noch richtung 61 zu stellen die herausforderung ist dann natürlich noch ein bisschen ja stärker als jetzt oder noch ein bisschen größer als jetzt aber auch dieser selbst so ein spiel kann immer noch mal gewonnen werden ja das also ganz allgemeingültig einmal ich habe dem letzten auch einen kommentar bekommen dass das manchmal zu speziell auf eine einzelverteilung ist da kann ich eben nur antworten natürlich mache ich hier analysen mit beispielen aber sehr häufig ist doch da trotzdem eine erkenntnis zu ziehen die über das die einzelne partie hinaus reift es geht einfach auch darum im prinzip die grundsatz gedankengänge mal nachzuvollziehen und in diesem fall eben wirklich darum auch den an den typischen gegenspiel vortrag über die ersten paar stiche an sich mit zu bedenken und zu antizipieren und daraus eben die schlussfolgung zu ziehen in mittelhand drücke ich bei der karte von jeder farbe ein in hinterhand dagegen drücke ich mir eine farbe weg und wie das spiel tatsächlich im original lief das könnt ihr euch falls ihr es ja noch nicht getan habt noch mal anschauen ich verlinke einmal den live stream ist es wirklich kurz vor schluss das 35 spiel in der letzten serie schaut einmal wie einfach ich im original diese partie gewonnen habe ja und damit würde ich sagen sind wir durch freue mich dass ihr dabei wart hoffe es hat euch spaß gemacht und der eine oder andere hat was mitgenommen ich werde die tage natürlich wieder schauen wer neues reinschaut bei den skatfreunden wo haben wir sie hier haben wir sie und ja wünsche euch an der stelle ein ausgezeichnetes wochenende und wie immer gut blatt und 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 Vielen Dank.